Bevor die Athleten im März abreisten, hatte Ministerpräsident Weil sie schon einmal eingeladen. Jetzt sind sie wieder bei ihm zu Gast. Laura Hardy, Philippa Bartels und Christoph Schuler vertraten Niedersachsen bei den Special Olympics World Games 2019. Vom 14. bis zum 21. März trafen sich in Abu Dhabi Athleten aus der ganzen Welt zum sportlichen Wettkampf. Die Schwimmerin Laura Hardy konnte eine Gold- und eine Silbermedaille mit nach Hause bringen. Philippa Bartels holte im Radrennen über 25 Kilometer Bronze. Christoph Schuler erreichte als erster niedersächsischer Golfer, der an den World Games teilnahm, den vierten Platz. Für Ministerpräsident Stephan Weil hat das Trio eine Vorbildfunktion. Es gibt ganz viele Menschen bei uns in Niedersachsen und auch in Deutschland, die sind bei allen Handicaps, die sie haben mögen, bereit und in der Lage, ganz tolle Leistungen zu bringen. Und zwar auch in Bereichen, da hätte ich das nie gedacht, dass es da diese Sportlerinnen und Sportler gibt. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Christoph der erste Golfer aus Niedersachsen ist, der bei Special Olympics mitgemacht hat und kann nicht nur den Hut ziehen. Ich wünsche mir, dass das wirklich ein Beispiel für ganz viele andere Menschen ist, die es nicht leicht haben, die manche Handicaps haben, aber die eben allesamt dieselben großartigen Leistungen bringen können wie alle anderen auch. Die nächsten Weltspiele der Special Olympics finden 2023 in Berlin statt. Auch da wollen die drei Niedersachsen wieder an den Start gehen. Die nächste Weltspiele der Aufmerksamkeit an den Start gehen. Der Bericht hat den Start gehen. Und da haben die Niedersachsen.